Am Anfang gab es nicht Sand, noch See, noch kalte Woge oder Himmel, es gab nur das Nichts, die gähnende Leere, Genungagab. Die Leere war endlos, und es gab nicht ein einziges lebendes Geschöpf, nur Stille und Dunkelheit. So war es lange. Dann aber erwärmte sich das Nichts im Süden. Am Anfang nur ganz wenig, dann wurde es immer wärmer, dann heiß, und schließlich schlugen sogar Funken in die Leere, und es qualmte und schwelte. Aus diesen Flammen formte sich das Land des ewigen Feuers, das Land Müsbelheim. Es gibt keinen Ort, der mit Müsbelheim vergleichbar wäre. Ein Kontinent aus Feuer, mitten in der schwarzen Nacht der Vorzeit. Alles brannte. Feuer, Zungen stiegen Meter hoch in die Dunkelheit. Schwarze Berge spiehen rotglühende Lava und brennende Flüsse durchzogen das Land. Müsbelheim loderte so hell, dass sein Schein selbst die Leere der Genungagab erhellte. Es gab eine Zeit, da lebten die Götter, die Menschen und Elben, die Zwerge und Riesen sowie die Unterirdischen noch in verbundenen Welten. In dieser Zeit saß in jeder Vollmondnacht eine Wölwer auf einem Hügel nahe des Götterreichs Asgard. Ihr inneres Auge blickte in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, und nichts blieb der zauberkundigen Frau verborgen. Selbst die Götter baten sie um Rat, um an ihrem ewigen Wissen teilzuhaben. Wer in jenen besonderen Nächten zu der Seherin auf den Hügel stieg und sich zu ihr ans Feuer setzte, erhielt Antwort auf seine Fragen. Seherin, sag mir, was weißt du über die Welten? Da antwortete die Seherin, drei Welten gibt es, den Himmel, die Erde und die Unterwelt. Zur selben Zeit stand Thor immer noch am Fenster von Odins Palast und blickte hinaus über die weiten Asgards. Götter reisen schnell, aber von Odin fehlte weiterhin jede Nachricht. Keine besondere Wolkenform, keine Runenbotschaft und auch keiner von Odins Raben gaben Auskunft über den Erfolg der Reise. Thor hasste es zu warten, und noch mehr hasste er es, dass sein Vater die Angelegenheit mit den Riesen an sich gerissen hatte, während er, der Riesentöter, zu Hause bleiben musste wie ein Weib. »Tjalvi, hol die Böcke aus dem Stall, spann meinen Wagen an. Ich fahre selbst zu den Riesen.« Gerade als der Knecht hinausgegangen war, um den Befehl auszuführen, hörte Thor, wie Sleipnirs goldene Hufe genau vor den Toren Wallhals auf dem Boden aufsetzten. Einen Herzschlag später schnaubte auch noch ein zweites Pferd. Sofort griff Thor nach seinem Donnerhammer und eilte in den Hof. »Das ist Vundir, ein mächtiger Riesenfürst,« sagte Odin, »und er wird unser Gast sein.« Das dunkle Heer überzieht Asgard. Feuerriesen, Reifriesen, Gnome und Trolle, mit gierigen Augen blicken sie um sich. Die wenigsten von ihnen sind schon einmal hier gewesen, hier im Reich der Götter. Ein besonders großer Reifriese mit bläulich schimmernder Haut und fellbedeckten Armen spuckt auf den Boden. Ein schwarzer Troll in seiner Nähe reißt eine Distel unter dem Schnee heraus und zerfetzt sie. Zwei Feuerriesen haben einen heiligen Wald betreten. Die Kraft des Ortes ist so groß, dass sie zunächst einfach stehen bleiben. Dann aber beginnt der Stärkere von beiden mit seiner flammenden Axt auf die uralten Stämme einzuschlagen. Er lacht und grunzt, als das Holz splittert und die Bäume in Flammen aufgehen. Wie im Rausch schlägt er noch auf weitere Bäume ein. Heiliges Holz, schreibt er, heiliges Holz brennt wie jedes andere.